erster dungeon und als erstes von hinten sind die am verwundbarst deswegen konnte ich die letzten so schnell besiegen übrigens den wolf da habe ich mich also gewundert warum der so schnell down war ja der war so schnell down weil man ihn so schnell besiegen kann ach da ist ein skull ich dachte herr ist eine spinne jetzt verstehe mal skulltula eigentlich heißt ja skulltula aber ich sag mal skulltula ich kann auch skulltula sagen dass du ein bisschen also der dungeon ist sehr gewöhnungsbedürftig muss sagen die dungeons hier sind generell sehr gewöhnungsbedürftig übrigens den schlüssel habe ich bei meinen ersten one also wo ich das spiel das erste mal gespielt habe oder ich glaube auch schon beim zweiten mal vergessen weil wer achtet schon auf so eine wand so so die spinnen sind für uns keine gegner mehr wir können es einfach so machen und schon ist sie weg so hauptraum hauptraum hallo hallo ja die sache ist dieses diese idee von dem dungeon hier wurde redesigned und zwar in toilet princess in toilet princess gibt es halt genau dieselbe art und zwar die geister haben jetzt hier die fackeln halt geklaut die verschiedenen farben und wir müssen jetzt die geister suchen und die damit wieder halt diese fackeln anzünden weil wenn wir die besiegen dann wird automatisch die fackel wieder entzündet so und in toilet princess gibt es halt eben wüst dungeon gibt es genau dasselbe wirklich genau dasselbe so ich wusste es doch bin ich das schlimm nein aber es ist ja schon skurril generell weil ich finde total princess kopiert sehr viel von queen of time was ich etwas nicht schlecht ist aber schon krass so die sind gefährlich weil wenn die dich treffen dann kannst du nicht mal so lange und so kannst das schwert nicht mehr benutzen oder so keine ahnung irgendwie sowas war das jetzt besiegt den doch so ein lümmel komm her ach so ein zwei manchmal sind die gefährlich weil manchmal okay manchmal bleiben die knochen liegen und wenn du die dann nicht einer bestimmten zeit erledigt dann dann respawn die und das ist ein bisschen anstrengend so werden nur noch ein halbes herz aber wir haben auch eine feje also dann ist das nicht so schlimm die käfer brauchen wir nicht mehr glaube ich und ich glaube in der in dieser version auf jeden fall nicht genau so das bedeutet wenn wir gleich sterben haben wir automatisch wieder volle herzen also sollten wir sterben doch ein herz lümmel so meine hände tun übrigens langsam weh vom controller so okay wir haben jetzt hier mehrere möglichkeiten wo wir weitergehen können da oben wenn eine möglichkeit wir gehen aber jetzt erst mal hier an bordes piepen hier muss aber irgendwo ein paar vasen oder so seien die uns weiterhelfen okay da war das mit dem auge ist echt dunkel ne also ihr seht ein bisschen mehr aber genau hier sind welche nicht sogar welche die uns abgeschossen das kann schon so lange her also es gibt eine stelle hier in den dungeon die mag ich überhaupt also okay es gibt noch einen raum den ich überhaupt nicht mag aber es gibt eine stelle die ich wirklich überhaupt nicht leiden kann die werden wir auch noch betreten okay wir gehen erstmal hier hin so muss das immer nach gehör machen was ist das denn eigentlich ach so da war der stick drin statt was ist das denn ich habe so viel kacke oben liegen wir kommen im vorgarten ist ja apropos so stoppst du nichts gar nichts okay ja hier kann man eigentlich erst theoretisch später auch man kann aber an den vorbei und zwar wenn man sie da gibt es irgendwie trick dass man schon vorher kann aber wir werden das hier mal ein bisschen spielkonform machen wenn ihr versteht was ich meine soll werden brunnen hier ist aber zu viel wasser so was vielleicht hier oben noch mal ich hab's vergessen und genau aus diesem grund genau aus diesem grund packe ich die flaschen eigentlich mal direkt instant weg so ich weiß nicht wenn man hier hoch kann keine ahnung für die bildchen auch recht klein ich muss auch ein bisschen gucken vielleicht gibt es ja so ein paar sachen die ich nur nicht weiß also ich kenne ich kenne das spiel nicht auswendig nicht dass sie jetzt denken was macht er denn da der kennt das spiel doch also ich kenne das spiel ja aber ich kenne es nicht zu 100 prozent deswegen wir werden noch echt viel spaß bei manchen dungeons haben weil ich nicht weiß wie wir die kompletieren ohne problem aber so hey so macht das doch auch spaß so macht das noch mal extra spaß sind fünf zuschauer hey in der 3ds version ist das auch voll schön hier dekoriert überall sind noch hier so gemälde und die kerzen also kerzen sind ich obwohl die sind ja auch gar nicht mal so schlecht aus so den raum mag ich auch nicht genau wegen denen hier ok ach so macht man das der move ist wohl auch gar nicht mal so schwach wie ich jetzt in speedruns kennengelernt habe so da oben kommen später ja weil man hört also wir haben ja gerade so ein dieser dieser ich weiß gar nicht wie die heißen diesen schädel besiegt und wir hören aber die ganze zeit noch mehr solcher schädel die sind aber woanders aber das hat mich das macht mich bis heute wahnsinnig auch die musik die macht mich wahnsinnig auf diesem boden sind feile aufgemalt nein tatsache du bist ja ein genie vielleicht muss ich ja den block so schieben wie die feile aufgemalt sind und in der master quest version ist das hier noch viel viel schwerer da ist das einfach nur kacke hier aber also generell also ich muss echt sagen der dann der mir echt gut gefallen hat war glaube ich lord jabu jabu weil da waren überall kühlende wänden und so und da waren auch echt viele sachen drin die wisst ihr noch den einen raum wo ich gesagt habe hä für was ist der der ist dort der ist dort wichtiger also bestimmt wirst du nicht mehr von dem raum aber da war halt ein raum ihr wisst schon so da können wir uns hochklettern hier ist aber auch noch eine leider ja ich glaube hier waren jetzt mal gucken so hier ist später hier kommt noch später was hin das oben auge da können wir aber noch nichts dran machen noch nicht ja muss aufpassen ah super das ist ein pfeil okay muss immer aufpassen also theoretisch würde ich sagen dass wir ne da ist ja keine wand ok da bist du den höchstwahrscheinlich ziehen von da funktioniert das nicht was ist hier ist nicht viel acht davon ist die kiste ok der blog meine ich die kiste so muss immer gegen die wand laufen und dann muss man warten müsste ich ihn aufstehen oder er macht automatisch so muss ich den da hinschieben der tatsache ich weiß das echt alles nicht nur 23 und so und wir haben es geschafft wir haben den raum hier im prinzip gelöst hat man auch an der politische musik hier kommen schneller runter hier geht es weiter ich wusste gar nicht dass man hier noch mal hoch muss es ergibt aber alles noch einen sinn genau das war so einen sinn gefährlich ist hier sind zwei von den dingern ok so und es geht durch dieser korridor ist völlig verdreht nein das ist so ein geiles stilmittel ehrlich so ok hier müssen wir aufpassen weil achte auf die schatten der kreaturen die an der decke hängen ich weiß gar nicht ob hier überhaupt noch irgendwie was ex also ob hier noch irgendetwas wichtiges war wir haben übrigens kein schlüssel mehr und ich habe vergessen wo der nächste schlüssel ist war hier irgendwo was scheiße ich habe den schlüssel vergessen ähm ja die dinger an der decke die äh das problem an denen die wenn die eingreifen dann dann muss man die ganzen äh tempel nochmal machen also dann ist man wieder am eingang scheiße so mir fehlt ein schlüssel wo ist okay dennoch ein schlüssel so ein schlüssel weiß ich noch wo der ist aber aber war ich hier noch ein schlüssel moment da kam ich noch nicht hin oder nee ja das meine ich mit verwirrend das war knapp wieso respawn denn die gegner ist doch voll kacke aber ich meine da vorne war kein schlüssel hm vielleicht das letzte was ich in dem spiel gemacht hatte ja also ähm deswegen der ist also der dungeon hier ist jetzt schon nicht schwer aber der ist einfach mega nervig aber hä mir hat doch damals ein schlüssel geöffnet der schlüssel hat mir denn damals gefehlt hier ist ja nichts mehr ne ne außer das außengebiet jetzt bin ich aber durcheinander habe ich irgendwas verpasst ich gucke nochmal hier kann sein dass ich irgendwie was übersehen habe ich muss ich doch hier schon mal hoch also sache ist den letzten kann man nicht besiegen so einfach ich glaube hier musste man sogar lang ich glaube hier musste man sogar lang das ist keine kleine truhe oder ein nüßchen auf der truhe habe ich auch noch nie gesehen das ist auf der truhe spot so die karte super fehlt nur noch der kompass dann bin ich zufrieden so jetzt sind wir hier auch ein ort den ich immer wieder vergesse moment ok und die dinger da kann man auf jeden fall hin ah hier sind wir also genau und jetzt sind wir ah ich weiß nicht ob man jetzt schon hin soll aber ich glaube das habe ich doch damals verkackt genau und jetzt sind wir jetzt ja sind jetzt auf der anderen seite da weiß ich nie wie man da hinkommt moment das können wir hier aber mal ok ich könnte mal was ausprobieren aber das ist für meine für meine verhältnisse nicht das was ok ja das ist nicht das was ich wollte ich wollte also ja doch das hätte ich schaffen können ich hätte einen jump machen können aber also ich hätte einen seitensprung machen können dann wäre ich da auch drauf gekommen weil hier hier habe ich ewig lange damals immer wieder geguckt ja wie komme ich denn da hin ich weiß sogar gar nicht ob die Vogelscheuchenpolka dafür irgendwie was macht nein und das Problem ist da würde man auch überhaupt nicht hochkommen ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht wie man da hinkommt keine Ahnung also aktuell in dem Spiel oder? doch ich habe nichts gesagt hä? was habe ich denn hier damals immer rum gedoktert bei diesem Raum war ich ewig ach wisst ich glaube ich weiß was da oben ist moment ja ok na wie hallo ok moment nochmal ok das ist nicht ähm nee früher habe ich da ewig lange was geguckt ob ich da irgendwie was machen kann aber ich weiß gar nicht mal ob da irgendwie was war oder so keine Ahnung was die da will ich glaube hier hört sich gar nichts hin ne egal will man cool wirken und kriegt trotzdem nichts hin scheiße ja mit dem Trick kann man so ein bisschen tricksen da sind noch ein paar Herzer ich weiß gar nicht ich glaube ein Gegner war hier nicht ähm nee das Wichtige eigentlich hier in diesem Bereich ist das hier das war die Truhe genau alles für den Schlüssel mehr nicht nur deswegen sind wir hier gut ähm ja jetzt muss ich kurz überlegen gibt es denn noch mehr Skulpturen mir fällt jetzt gar nicht mehr ein Ort ein wo die noch sein könnten also ja im Prinzip schon wo sie sein können aber mir fällt jetzt im Prinzip nicht explizit noch ein Ort ein weil das waren jetzt hier alle Orte wo ich wusste wo welche sind okay nächster Bereich ähm jetzt können wir halt jetzt können wir halt weiter gehen ne oh man ja also äh man merkt die Dungeons äh die Dungeons werden halt anstrengender und ich würde den hier halt schon anstrengend Feuer Dungeon der nächste ist auch der ist voll verwirrend Wasser Dungeon ist auch mega boah der ist richtig verwirrend aber danach die ähm da werden wir Probleme haben weil die weiß da weiß ich fast gar nichts weil ich die nur einmal in meinem Leben gemacht habe oh hä und die sind noch blau eine blaue Knochenfratze wäre in Angriff mit deinem Schild ab ach so okay dann machen die hier noch gar nichts also in den späteren Spielen dann kannst du dein Schild nicht mehr benutzen äh Schwert nicht mehr benutzen hallo Strohkopp was geht bei mir ist alles gut das erste glaube ich ja äh das ist Zelda Samstag ne wir machen gerade den äh wir spielen gerade auch Queen of Time weiter und ja die Blast verwirrend finde ich eigentlich voll okay ja ich finde den halt nur verwirrend weil wenn du da bestimmte an eine bestimmte Stelle nicht richtig hinkriegst musst du den dann nochmal durchlaufen also es ist halt einfach nur nervig teils ich mag auch lieber diese einfacheren Puzzle als dieses oh ich muss durch den ganzen Dungeon untergucken wenn ich da irgendwas aktiviere dass was anderes aktiviert wird ähm also so schlimm wie viele sagen finde ich den auch nicht also dafür ich muss echt sagen ich finde die schlimmsten Dungeons sind immer also oder ich finde der allerschlimmste Dungeon ist da äh hier das äh Stone Tower warte mal heißt das ja doch Stone Tower da aus äh Majora's Mask das ist für mich der allerschlimmste Dungeon in ganz Zelda das ist in Twilight Princess ganz echt schlimme Dungeon da nennen wir die Komulaner zum Beispiel so einfach so so angenehm ist der jetzt auch nicht so cool hallo Geist hallo Geist so der Wasserdanschluss ist das dort zur Hölle nö so hier müssen wir aufpassen hier ist zwar ein Gegner aber jetzt kommt das Schwierige wenn wir das Loch fallen landen wir landen wir wieder dort in den Raum wo wir die anderen zwei besiegen mussten ihr merkt doch dass ich die ganze Zeit drücke scheiße mhm so jetzt haben wir hier auch mehr Ruhe aber jetzt kommen wieder zwei glaube ich ja warum macht ihr so viel Schaden in beim Sprung und dann geht es so wie was das ist so ist Da, oh scheiße, der ist respawned Aber ich hab vorhin gesagt, dass es welche gibt, die respawnen Aber ich dachte, die kommen erst später Oh Gott Findet uns aus toller Prinz, ist auch echt nice Ja, also so schlimm finde ich den jetzt auch nicht Aber ich finde halt so einfach im Verhältnis Das ist jetzt auch wieder nicht Dafür hat der Stormtension an Storm? Hä? Storm? Oder meinst du, hä? Warte, meinst du ein toller Prinz oder was? Sagt man es da im Dungeon zu tun? Was geht heute auf Risiko mit so einem Herz? Ja, warum nicht, ne? Wir haben den Bogen Drücke bla 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 Lasst bla 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 los, um Pfeile abzuschließen Okay So, wenn wir da hingehen, kommen wir da wieder raus Ja, jetzt muss ich kurz überlegen Ähm Ja, also Was ich halt meist mache, ist, dass ich den Weg zurückgehe Kommen wir damit wieder zurück Ach, ich sehe das gar nicht Nein Das ist der falsche Weg Ich muss zu dem anderen Klar, bei dem Himmel, da habe ich mich so oft verlaufen drin Ja Das habe ich auch sehr oft Ah, den Bossfight finde ich eigentlich Also ja, episch ist der Aber das ist halt typisch für Prinz ist Die Bossfights sind zwar episch, aber die sind Sowas von einfach Obwohl, der hat noch ein bisschen Herausforderung Weil der muss so schnell sein Also, das fand ich aber persönlich nervig Als ich das das letzte Mal gemacht habe So So, also, ihr habt ja schon gesehen Da war ein Geist Die haben wir direkt schon die zwei Geister Bedeutet, dass wir zwei schon mal weg haben Der dritte ist eine kleine Herausforderung Der vierte, der ist Scheiße, ja, okay Da müssen wir jetzt aufpassen So, perfekt So, und der kann nicht mehr an die spawnen Diese Nase Wieso gibt die denn eine Nase? So, Moment Einmal, Moment Ähm Pfff Wo ist der eigentlich recht gut? Nein Äh, ich bin gerade am überlegen Es ist eigentlich besser so So ist viel besser Genau Instant Instant wieder scheinen lassen Mit Deko-Nüssen Und so, fertig Und der aus dem Phantom ist auch mega cool Auch wenn der Tempel an sich schütte ist Ja, aber nur in der Original-Version In der 3DS-Version finde ich den Endgegner echt scheiße Weil da habe ich, weiß ich gar nicht Da habe ich bestimmt über eine halbe Stunde dran gesessen Weil es einfach so Schlecht designt war So, theoretisch müssten wir hier glaube ich noch nicht mehr zurückgehen Ich weiß es jetzt aber nicht Die 2D-Selder-Bosse sind deutlich schwerer als die ersten Retroiteilen Ähm, ja, muss ich zustimmen Ich muss aber auch sagen Die, ich finde persönlich Die 3D-Bosse Äh, die 2D-Dungeons Äh, die 2D-Dungeons Finde ich teils auch echt schwer Weil Du hast in den 2D-Dungeons Ach, scheiße Du hast in den 2D-Dungeons sehr, sehr oft Ähm Dadurch, dass halt Weiß ich nicht Ich finde halt die ganze Struktur der Dungeons Total Schwer zu deuten Also ich komme da auf dich hinterher Oh, scheiße Ach komm Okay So Ging doch alles viel langzamer als ich wollte Naja So, das ist die zweite Fackel Da müsste der Kompass drin sein Der uns hier sehr helfen wird Hier gibt es, äh Die einfach nur Nerven wie, äh Muldon Oh ja So Da haben wir noch eine Kiste Da geht es weiter So Genau Hier sind Hä? Hier sind wir hergekommen? Okay Ähm Ich glaube, wir können hier schon durch Ja Aber ich weiß noch nicht, wie viel uns das bringen tut Genau Ach, das bringt uns sogar Ja, ja, ja Achte auf die Kreaturen Ja, ja, ja Genau Genau Hier kommen wir jetzt weiter Und genau Hier Hier fehlt ein Schlüssel Genau so war das Genau Hier fehlt ein Schlüssel So Und das können wir aber beschleunigen Und zwar habe ich einen Trick dafür Einen Moment Ähm Da Da Scheiße Wieso ist dann Das klar Ich muss kurz überlegen Ähm Genau Wir beschleunigen das Ähm Wir hier wieder hinkommen Indem wir Den Portal benutzen Aber wo ist Donner Ist doch der, ne? Auf das war er So Und jetzt können wir resetten So Und jetzt können wir es noch 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 Und jetzt können wir es noch